Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal hier ist wieder euer Sati es ist Donnerstag es ist 3 uhr die Herausforderung der woche 10 sind online Ich werde auch gleich dazu einige hinweise geben damit ihr diese leichter und schneller erledigen können bevor wir aber dazu kommen lasst mir doch für dieses video ein like da denn es würde mich freuen motivieren unterstützen ich mache nämlich diese videos als spieler für euch als spieler und wenn ihr noch mehr solche videos sehen wollt mit tipps tricks hinweisen gameplays funny moments und infos dann auch einfach ein abo da lassen und auch die glocke an machen es kostet euch auch nichts so hier kommen wir auch gleich schon zu den aufgaben wie ihr bei mir sehen könnt die aufgaben habe ich alle schon erledigt deswegen bekomme ich keine battle pass sterne mehr sondern nur noch xp ich habe die battle pass stufe 100 schon längst erreicht und auch den skin ragnarök freigeschaltet kommen wir zur ersten herausforderungen suche im keller nach puzzleteilen insgesamt 7 an der zahl dafür wird es 5 battle pass sterne geben und die die schon battle pass stufe 100 haben seht ihr bekommen 500 xp hierzu poste ich euch noch mal separat ein video wo ihr genau diese keller und die dazu gehörigen puzzleteile finden könnt zweite herausforderung verbrauche äpfel oder pilze insgesamt 20 an der zahl das ist keine schwere aufgabe fliegt jedoch einfach zu lonely lodge wailing woods oder zu dass die dort werdet ihr auf jeden fall viele pilze finden oder die äpfel ringsherum sind teilweise verteilt auch bei das die und bei wailing woods ich denke mal das ist eine sehr sehr leichte aufgabe die jeder meistern kann dritte aufgabe eliminiere gegner insgesamt 10 an der zahl ist auch eine fleiß aufgabe ihr könnt die zum beispiel auch im modus höhenrausch 50 gegen 50 erledigen oder einfach egal welcher modus solo team oder duo das überlasse ich euch so und dafür wird es dann insgesamt 10 battle pass sterne geben und damit habt ihr auch gleich eine battle pass stufe erledigt nächste aufgabe durchsuche truhen bei salty springs wieder 7 an der zahl wird wieder hektisch und stressig werden weil jeder wieder dort abspringen wird aber gleichzeitig könnt ihr auch die vorherige aufgabe hier erledigen denn wenn ihr schnell eine kiste öffnet und eine waffe findet könnt ihr auch verschiedene gegner hier eliminieren und habt dann auch die vorherige aufgabe sehr schnell erledigt fünfte aufgabe füge gegnern schaden zu insgesamt 5000 punkte als schaden zufügen bei gegnern könnt ihr auch zum beispiel dort machen wo ihr die truhen bei salty springs suchen sollt oder auch in dem ihr gegner eliminiert oder einfach nur einen schaden hinzufügt nächste aufgabe hier haben wir wieder eine schatzsuche suche zwischen einer überdachten brücke und dem neunten green hier werde ich euch separat ein video posten und da werden wir wieder gemeinsam auf schatzsuche gehen da kann ich euch dann ganz genau auf der karte zeigen wo ihr landen müsst und wo auch genau diese stellen gemeint sind und die letzte aufgabe da haben wir wieder eine aufgabe mit drei phasen die erste phase lautet eliminiere einen gegner bei pliesen park und sobald ihr hier einen gegner eliminiert habt werdet ihr beim nächsten mal also sobald ihr aus dem spiel wieder rausgegangen seid die zweite phase sehen können in den herausforderungen und dort wieder dann einen gegner bitte eliminieren so dass die phase 3 eröffnet wird und dann noch mal nachschauen und noch mal dort abspringen und auch dort einen gegner eliminieren und damit hätten wir insgesamt wieder die herausforderungen der woche 10 erledigt so ich hoffe ich habe euch einige hinweise geben können wir hier schneller an euer ziel kommt zwei videos werde ich euch auf jeden fall hier noch posten einmal zu den puzzle teilen und natürlich die schatzsuche bis demnächst euer saddi ja falls euch das video gefallen hat dann lasst mir doch einfach ein leichter das würde mich unheimlich freuen motivieren und auch unterstützen denn ich mache diese videos als spieler für euch als spieler und wenn ihr noch mehr solche videos sehen möchtet mit tricks hinweisen gameplays von die moment infos und so weiter dann einfach auch ein abo da lassen und auch die glocke an machen das kostet euch auch nicht und für weitere fragen und anregungen einfach im kommentar da lassen ich werde versuchen so schnell wie möglich darauf zu antworten bis dahin tanzen wir jetzt noch ein bisschen weiter bis demnächst euer saddi